ja hallo leute hier ist wieder euer tozo und ich bin extrem sauer das ist ja ein kompliziertes also ich muss die schluss einfach wütend machen schau Wird einfach ein Tüter! Unglaublich! Jetzt wird! Ich habe wenig gehört da! Schaut euch diesen Teufel an! Ist ja unglaublich! Ich glaube ich muss ihn ein paar vor den Latz brennen! Ich habe ihn noch kein einziges Mal gut entgemacht! Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Wir werden als tausend totes sterben glaube ich! Mit Plasma schießen wir abwärts! Was hat er jetzt gesagt? Das ist nicht hautrauf und schluss! Das ist nicht hautrauf und schluss! Jetzt muss man den Treff machen! Das machen wir mal ständig! So! Und jetzt... Komm Junge! Hautrauf! Es funktioniert! Es funktioniert! Nochmal! Halt! 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 Jetzt ist es noch mal! Jetzt ist es nicht einmal in den Lösen da da! Scheiße! Ich hab nichts mehr! Uh! Was mache ich jetzt? Der Geier! Ah! Soll ihn holen! Habe ich noch irgendwo im Medi-Bed liegen? Huh? Ja da hinten liegt aber eins! Was? 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 Oh jetzt ist er wieder! Jetzt komm! Er ist außer Kontrolle! Mach dir das zunutze! Ja komm! Fall um jetzt du! Lass ihn noch mal gegen die Statur knallen! Ja ha ha! Du und Tripp! Was machst du? Du machst gar nichts! Schreist! Ja ja! Und ich hab weder Plasmen noch sonst irgendwas! Uh! Oh! Schau! Sonst ist der Hund nicht so schnell! So und jetzt schon! Komm! Hau drauf! Fall um! Leute! Das ist ja nicht schlecht! Ich sag euch eins! Das hat an meinen Nerven gezerrt! Unglaublich! Was ist jetzt mit Trippi? Tut mir leid! Tripp! Tripp! Komm! Du musst das Ding scannen! Sightseeing! Freigeschaltet! Hallo! Herr Meghrufen! Mit Hilfe! Signalversteller! Sehr schnell! Also das war nicht ohne! Schüsse habe ich auch keine mehr! Bei so einem Gerät kann man mit Schild auch nicht viel aus... richten! Kapitel 3! Metalltuchung! Wo ist die Absturzstelle denn? Da drüben! Wir kommen näher! Was? Müssen wir über diesen Abgrund? Mist! Siehst du den Metallturm? Vielleicht kommen wir damit rüber! Ja! Ich suche uns mit der Libelle eine Route raus! Ich habe auf deinem Stirnband-Display eine Markierung angebracht! Wir können hier durch, aber... da vorne sind Max! Wir haben wohl keine Wahl! Ja, jetzt laufe ich gleich wieder voraus, Schatzi! Ah, warte! Ja, weiter geht's! Du bist total! Also, wir hätten eigentlich jetzt gleich bei diesem neuen Kapitel schneiden sollen! Äh... Dass der mich da jetzt dreimal aufs Korn oder viermal aufs Korn genommen hat! Dieser Abriss-Mack! Das ist nicht einmal ein Kampf-Mack gewesen! Leute, wie soll das weitergehen? Aber wie gesagt, ich bin... ...fasziniert... ...von... ...diesem Level-Design! Also... ...die Grafiker haben sich was einfallen lassen! Ich finde es schön! Ja, was soll ich sagen... Jetzt wieder bin ich ein bisschen auf YouTube... ...weil ein Pfeil hochladen mittlerweile sechs Stunden dauert... ...eine Viertelstunde, sechs Stunden... ...und dann schmeißt mich mein... ...Provider ab und an auch raus! Ich weiß nicht... ...versprochen hat er, dass er es nicht tut... ...und er tut es trotzdem... ...das heißt... ...magmal muss ich Files zweimal hochladen! Dann gibt's da einen... ...kanal, der erhebt Anspruch auf... ...das Urheberrecht von Faible! Ist nicht Microsoft und auch nicht Lionhead Studios! Ja, und... ...da sind wir ja natürlich... ...ganz... ...ganz, ganz, ganz, ganz... ...böse aufgestanden heute, wie wir das gelesen haben! Ja, und jetzt klopfen wir uns da durch... ...und lassen uns drei, viermal von so einem Abriss... ...blecheimer... ...hinrichten! Also... ...oft genug getanzt, heute schon... ...mit dem Sensenmann... ...so, mich brauchte ich Orbs... ...um... ...Upgrades zu erhalten... ...ja, da sind wir... ...ja... ...kommt mal dringend da rauf... ...leuchtet da irgendwas... ...und ich muss euch euch... ...ich muss euch euch... ...ich muss euch auch sagen... ...also... ...bem Kampf die automatischen... ...steuerbewegungen... ...und eine Kamera... ...die sind wirklich echt... ...echt schwer... ...also... ...dann dreht sie sich... ...und du weißt jetzt nicht grad, wie du stehst... ...ja... ...da oben... ...liegen... ...liegt den Mund, gell? ...ja... ...und wie komm ich da rauf? ...ah... ...wieder die alte Frage... ...wie komm ich... ...ah, da leuchtet's, gell? ...ja... ...ok... ...hoffentlich sehen die uns nicht... ...dann schreit sie wieder... ...Hilfe, Hilfe... ...Monkey, komm... ...so, wieviel haben wir da jetzt gekriegt? ...zwei nur... ...ja, das ist... ...wahrscheinlich immer für die Bossgegner... ...hoffentlich... ...naja... ...den Gebäudekomplex haben wir abgesucht... ...da irgendwo was drum... ...unterholen... ...da draußen leuchtet's auch... ...da herinnen... ...ah... ...hilfe, Hilfe... ...ich bin eingesperrt... ...naja... ...mittlerweile... ...hebt sich ja meine Laune... ...da... ...geh... ...diese böse Musik... ...komme wieder außen rauf... ...da... ...mauerwerk... ...nicht drüber zu springen... ...kann man nicht drüber springen... ...nein... 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 ...schaut da geht der Lüfter... ...ha... ...ist das nett... ...schaut euch das an... ...die Wolken... ...ja... ...es ist gigantisch... ...wie gesagt... ...es ist gigantisch... ...so... ...ich glaub wir müssen uns vorbereiten... ...auf... ...den nächsten Fight... ...habt ihr gemerkt... ...bem letzten Mal haben sie uns nicht mehr... ...das... ...Kampfareal durchsuchen lassen... ...ja... ...war auch ein bisschen... ...bisschen öl... ...laufen wir einfach... ...einmal drauf los... ...das Problem bei der Steuerung ist... ...man kann die nicht einstellen... ...die ist immer gleich... ...das einzige... ...was einstellbar ist... ...die Sensitivität... ...bem zielen... ...mit der Flinte... ...also mit unserem Stab... ...gegen wir auch gesprengt drüber... ...mein junger Freund... ...jumper... ...bisschen... ...da haben wir noch einen... ...op... ...41.000... ...da haben wir Upgrades irgendwo... ...man könnte Upgraden... ...ja... ...was haben wir gesagt... ...was brauchen wir... ...ja... 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 ...41.000... ...was ginge da noch... ...erhöht... ...daum in Zeit von Gegnern... ...die von Raumattacken getroffen werden... ...haben wir nicht... ...haben wir nicht... ...haben wir auch nicht... ...haben wir auch nicht... ...ha... ...ja... ...ja... ...wir haben zu wenig... ...noch von dem Scheiß... ...Schild... ...ja... ...Schildaufladung... ...ja... ...klar... ...Schildstärke... ...30.000... ...ja... ...ja... ...das ist ein Schild... ...und das ist Block... ...geil... ...30... ...ä... ...wir werden wahrscheinlich... ...zuerst einmal... ...blocken müssen... ...geil... ...oder... ...Gesundheit... ...ach ja... ...Gesundheit... ...das ist nicht so einfach... ...Leute... ...Gesundheitserweiterung... ...Monkey hat jetzt 25 Milliarden... ...und... ...Gesamtgesundheit... ...ja... ...ja... ...ah Scheiße... ...und direkt... ...Monkey ist Gesundheit... ...genau... ...jetzt ich... ...mitte der Zeit... ...komplett... ...270.000... ...haben wir ja nicht... ...gell... ...das ist... ...230.000... ...ah... ...wir nehmen an... ...der Schild... ...das ist einmal... ...richtig... ...gab ich... ...ah... ...Schildstärke... ...Schildaufladung... ...das können wir... ...ja... ...da sind wir dabei... ...gut... ...und für 11.000... ...kriegen wir da noch was... ...10.000... ...feuerraten haben wir schon... ...ah... ...Stun-Dauer... ...15... ...ah... ...Stun-Effekt 22... ...Plasma... ...Plasma... ...uh... ...das wird ja extrem teuer... ...10.000... ...20.000... ...Scheiße... ...Kinder... ...ich sage ganz... ...die Folge ist wirklich... ...Gesundheit... ...haben wir da noch irgendwas... ...das kostet alles zu viel... ...ja... ...ja... ...ok... ...ah... ...schauen wir... ...dass wir weiterkommen... ...ja... ...bevor wir kämpfen... ...das haben wir noch ein bisschen... ...langsam... ...ja... ...direkt vor uns sind Max... ...ja... ...direkt vor uns sind Max... ...vielleicht sollten wir sie irgendwie umgehen... ...ja... ...das wäre Idee... ...weil ich bin... ...überhaupt nicht... ...aussert kämpfen... ...jetzt... ...wieder abgelehnt erhältlich... ...was haben wir denn noch... ...äh... ...schauen wir mal... ...was für uns wäre noch händlich... ...was haben wir denn da... ...wo... ...wer... ...wer... ...zeigte aus das nicht an... ...da sind alle zu teuer... ...da... ...da... ...zwölftausend... ...ja... ...da haben wir... ...nix... ...fuck... ...kinder... ...ja... ...ich glaube... ...wir... ...machen hier Schluss... ... das ist... ...ich mache dann... ...ich... ...o... ...das wäre das Feuer... ...warte... ...ja... ...ja... ...wir... ...wir machen hier eine Pause... ...und dann... ...geht's weiter zum nächsten Kampf... Und ich tanze für euch mit dem Sensenmann Tango. Okay, also bis gleich ihr Lieben, euer Toso.